und hier ist das ende von mega mann x3 wärmste wir haben ich habe das jetzt noch mal schnell ich habe jetzt den kampf hier noch mal halt schnell noch mal alles so noch mal auf screen also ich auf screen macht aber ich habe jetzt sieht es in den kampf und habe den kampf weil das nicht noch mal brauchen habe ich dir jetzt auf screen gemacht und es ist so wie es ist bisschen durch wir haben jetzt mehr damit x intention hier mit durch wir haben jetzt das sind also die cutscenes dafür wir haben jetzt mehr mit x3 durch das haben wir einmal den kampf drauf gehabt das habe ich jetzt auf screen gemacht aber leider habe ich trottel abgeschalten ich habe den kampf geschafft bin auch von oben gekommen ob das geschafft das sind die einzigen paar minuten was fehlen aber aber ich habe ja vergessen ich habe dann leider bei den cutscenes abgebrochen habe dann gleich danach wo es dann so weit mit allen war gespräch war alles gleich aufgehört und habe das abgebrochen und wir haben jetzt kommen wir durch und jetzt laufen hier nämlich die cutscenes durch und guckt es euch einfach mal an hier und da sind nicht die cutscenes wenn ich sonst hätte ich es nicht durch geschafft hätte hätte ich jetzt hier nicht die cutscenes deswegen aber ich muss das jetzt einfach mitlaufen lassen weil das eigentlich angehängt gehört an das andere und dass ich das miss gebaut habe davon dass das jetzt so ist ja es ist leider total blöd gelaufen damit aber ich bin es klasse wie man hier die cutscenes zerstört wenn wir hier die ganzen gegens damit zerstören können ja gerade mal so und die dinge haben wir ja gekriegt schon vorhin die hier hier hat mich so oft mit jetzt bin ich froh dass ich dieses letzte play fertig habe endlich und das war's game over für das sigma ihr habt das sigma gesehen wie ich ihn erledigt habe hoch habe ich dann wenigstens versagt und dann habe ich das jetzt einfach jetzt weiß nicht und dann kam auch die cutscenes das war's